Hallo Leute, heute bei meinem Video an Werbung in eigener Sache. Das ist in eigener Sache. Das ist nicht mein Eigentum, das ist nicht, ich arbeite ja da nur. Der Gambo-Bdui. Das ist auf der Wartburg-Insel. Ich meine, ich hätte gehört, wir hätten eigentlich jetzt eine Veranstaltung am Freitag. Ich meinte die Jasmin? Meine Güte, ich fand nicht, dass wir dein Name schlagen. Ja, gute Frau, nicht einfach, als ich gar nichts machen kann. Ich habe einen Break-Up-Urte. Ich sehe jetzt nichts, hier Blechwerk hatten wir schon. Ich meine, das ist Savanna-Nights. Es ist jetzt 8.6 Uhr, das dauert aber auch lange. Weil wenn jemand hier die nächste Veranstaltung ist, die Savanna-Nights, heißt der nicht der gute Zigarren, bewegende Rhythmen und ein guter, was? Mojito? Woher klingt das? Keine Ahnung. Das sind immer schöne Veranstaltungen, obwohl wir in der Küche davon nichts missbekommen, von der Musik. Müsste man hingehen. Unten ist der Imbiss, da kann man schön schön essen oder trinken. Keine Ahnung, Pomikörbrot, Pizzle, was man möchte. Oben kann man Pizza oder Nudeln essen. Geht ja mal in so eine Werbung in eigener Sache, das kann man machen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.